Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Batman Arkham Knight. So, dann wollen wir mal. Sie sind also wieder im Wagen, Sir. Ich schnapp mir den Knight. Er ist hier in den Tunneln. Hoffen wir, dass er Miss Gordon bei sich hat. Äh... Er ist hier jetzt in den Tunneln, aber wie komm ich denn jetzt... Ah. Ich seh's. Hoppala. Das, äh, wollte ich nicht. Wollte ich einsteigen. Ich wollte eigentlich das Ding wie Pappe zerreißen hier. Adapte erst hier. Öffne die Tür. Öffne die Tür. So, er hat der Garmescanner des Batman-Mobils zeigt nur einen Körper. Das ist der Fahrer. Kein Zeichen von Miss Gordon. Er weiß, wo sie ist, Herr Fred. Er kommt nicht davon. Diese Karre macht uns Platz. Sollen sie ja auch. Na, komm näher. Zeichen von der Straße. Feuer! So. Verhindert, dass er uns rammt. Schon passiert's. Ich werde sie nicht enttäuschen, der gelöten mir. Wir sind getroffen. Na, und der nächste Satz auch gleich. Ich werde beschossen. Wir haben noch einen erwischt. Und Feuer. Ich werde beschossen. Ich werde beschossen. Oh, 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 oh. Äh, halt. Hier lang. Führe mich dann die Pfeile jetzt hin. Er ist zurück. Natürlich. Ich werde ihn einfach nicht losen. Ah, Mist. Er ist aber auch wie ein Besenkter. Und tschüss. Kepatze Wack hält keinen Zweifel mehr stand. Und tschüss. Der Panzerwagen ist zerstört. Ich wiederhole, der Panzerwagen ist zerstört. Sofortiger Rückzug für alle Begleiteinheiten. Der Fahrer ist nicht der Arkham Knight. Aber er wird wissen, wo ich ihn finden kann. Wie fühlt sich das an, mit dem falschen Mann zu jagen? Wo ist der Arkham Knight? Du wirst ihn nicht finden. Denkst du, ich wüsste nicht, dass du versuchst, mich zu orten? Eine Lektion, Batman. Ich weiß, wie du denkst. Also kann ich dich ausschlagen. Wo ist er? Bei Barbara Gordon. Sie gehört jetzt uns. Kannst du dir vorstellen, was der Knight mit dir anstellen wird? Was machst du da? Nein, das kannst du nicht machen. Nein. Das kannst du nicht machen. Nein. Wo ist er? Er ist unterwegs zum kleinen Mann, dem Pinguin. Er hat die Unterschliffe für den Angriff bereitgestellt. Der Knight ist zu ihm, will ihn bezahlen. Das war's. Mehr weiß ich nicht. Ich rede ja schon. Hör auf! Fällt dir sonst noch was ein? Er nutzt deine Tiefkühlfirma als Tarnung. Die Lasten verteilen Waffen in der ganzen Stadt. Wie heißt sie? North! North Refrigeration! Danke. Au. Oh, wo ist das Auto hin? Alfred, kannst du alles über North Refrigeration für mich rausfinden? Natürlich. Dürfte ich fragen, wieso. Der Pinguin liefert Waffen an den Arkham Knight. Und zur Zeit ist er unsere heißeste Spur zu Barbara. Ich kümmere mich gleich darum, Sir. Ah, wie ich sehe, versucht Mr. Foxy zu erreichen. Lucius. Mr. Wayne, die Verbesserung für Ihr Batmobil ist einsatzbereit. Der Batwing ist unterwegs zur Grand Avenue. Okay. Sir, ich habe eine Sicherheitslücke entdeckt, mit deren Hilfe der Arkham Knight über Ihren Panzerhandschuhe gesendet hat. Ihre Kommunikation ist jetzt sicher verschlüsselt. Soll ich ihn blockieren, um weitere Störungen zu verhindern? Halte den Kanal offen, Herr Frith. Je mehr er redet, desto mehr erfahre ich über ihn. Wie Sie wünschen. Na gut. Dann wollen wir unsere Verbesserung mal abholen. Sir, wir verfolgen ein sich schnell bewegendes Flugobjekt auf der Grand Avenue. Das Ding hat gerade einen Haken mit 12G geschlagen. So was habe ich noch nie gesehen. Ich schon. Zeig dir, was es bedeutet, in den Krähen zu ziehen. Der Drohnenvirus überschreibt die Feinderkennungssysteme der Milizdrohnen. Eine infizierte Drohne wird statt des Batmobils andere Drohnen anvisieren. Wird der Virus bei höherer Waffenenergie eingesetzt, werden mehrere Ziele infiziert. Cool. Zerstöre ich das Auto, dann dich. Drohnenheck. Sir, ich habe die Kontrolle über eine Drohne verloren. Er überschreitet meine Befehle. Schild Abfang Einheiten. Erledigt ihn. Cool. Wir haben jetzt kleinere Soldaten. Ich glaube, deine Technik ist nicht so geil, oder? Er hat eine Drohne zerstört. Dafür bezahlt ihr. Rettler getroffen. Wow. Der Drohne getroffen. Heißen Sie ihn einsargen. Von dem Auto soll nichts übrig bleiben. Rettler gehackt. Geil. Das ist nice. Du begreifst allmählich, oder? Dass du endlich mal nicht mithalten kannst. Die beschießen sich gegenseitig. Rettler offline. Einfach nur nice. So, wo ist der andere? Was ist denn nicht den letzten Hacker? Drohneheck festgestellt. Verdammt. Ach, dann zerstört er sich. Okay. Sir, ich habe mir wie gewünscht North Refrigeration angesehen. Anscheinend hat Master Grayson Sie schon einige Zeit dem Visier. Gut. Er soll mir schicken, was er hat. Er bestand darauf, Sie persönlich zu treffen, Sir. Er ist mit Informationen aus Bloodhaven unterwegs. Er wird Sie auf einem Dach am Runela-Fairhafen treffen. Danke, Alfred. In der Zwischenzeit, Scans zeigen, dass der Arkham Knight seine Lieutenants mobilisiert hat. In Panzerwagen, die durch die Stadt fahren. Eines dieser Fahrzeuge haben wir markiert. Falls Sie die Gelegenheit nutzen möchten, es auszuschalten. Okay. Gepanzert und gefährlich. Schauen wir doch mal gleich. Der Scan des gesamten Stadtgebiets hat ein Miliz-Panzerwagen aufgespürt. Ich übermittele Ihnen die Koordinaten. Na, dann jagen wir ihn mal. Oh, halt. Hier lang. Achtung, die Fledermaus! Ihr gebt jetzt mal ein bisschen Gas, die Fledermaus. Damit sie den Panzerwagen bekommt. Gib Gas! So. Das ist die Fledermaus! Ich bin beim Uhrenturm. Bleib! Au. Die Durchhalten, Verstärkung ist unterwegs. So. Ich werde angegriffen. Und nochmal. Nein! So. Okay, den habe ich gut erwischt. Er hat noch einen erledigt. Nur noch zwei übrig. Ich hatte es erwischt. Okay, ihr wollt es nicht anders. Bitteschön. Ich wollte ihn weg. Quats. Und den nächsten weg. Und dich als nächstes. Ah, das will ich sehen. Er ist hinter mir. Weg mit ihm. Ich werde beschossen. Na. Wow. Du kannst mich nicht aufhalten. Oh, doch. Ich habe einen Panzerwagen der Miliz ausgeschaltet. Jemand muss den Fahrer aufgreifen und aufs Revier bringen. Ich schätze jemanden drauf an. So, jetzt raus da. Kannst du noch schießen? Hä? Okay. Ich glaube, haben wir jetzt den ersten bekommen. Tatsache. Gut. Infos. Na denn. Und. Und. Es ist Batman. Wollen wir noch mal gucken hier. Ach, das hinten. Bin ein bisschen falsch gelaufen. Ich bin immer noch nicht in der Sicht. Wenn man trotz meiner deutlichen Anweisungen. Riskiere nicht meine Zauberung. Ich bin nicht meine Zauberung. Ja, noch weiter hoch. Ich mag dein neues Auto, Bats. So viele Waffen. Als hätte dir bei der Planung ein böser Clown etwas ins Ohr geflüstert. Pff. So, ich höre ihre Musik. Aber ich sehe nichts. Weißt du, was ich an Feuerwehrmännern so liebe? Sie rennen auf die Gefahr zu. Ja, aber wo ist denn jetzt hier die Leiche? Ich kann nicht fassen, dass du Bruce Wayne bist, Betsy. Du bist Batman, Brucey. Diese ganze Nummer. Mit dem reichen Playboy, der dem Jet Set fröhnt, während die Kacke am Dampfen ist. Das war alles nur gespielt? Das ist fantastisch. Hä? Wo soll denn das jetzt... Ich höre hier die Musik. Aber ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Ich muss noch einen Spielzeugladen ausräumen. Ich habe meinem Jungen gesagt, dass ich ihm ein Geschenk mitbringe. Ich kriege hier irgendwie... Muss ich hier rein? Ah, hier. ...irgend so ein Irrerraum und nagelt Leute an die Wand. Alfred, ich habe noch eine Leiche gefunden. Die Verschümmelung scheint identisch mit der des letzten Opfers zu sein. Dann scheint es wohl, als hätte Gotham es tatsächlich mit einem Serienmörder zu tun und ich dachte, dieser Abend könnte nicht schlimmer werden. Ich scanne die Leiche nach besonderen Merkmalen. Na ja, mal gucken. Narbengewebe auf dem Oberarm. Ich erkenne das Muster. Vor 20 Jahren war das ein Ehrenabzeichen unter Häftlingen in Blackgate. Eine kleine Gruppe Gauner, die sich die Bloodhaven Six nannten. An der rechten Herzkammer befinden sich Spuren eines Herzschrittmachers. Wenn ich den Hersteller mit der Stimulationsart abgleiche, sollte mir das die Suche erleichtern. Das Knie des Opfers zeigt klare Anzeichen einer Knochenverformung. Sklerose an der Gelenklinie weist auf juvenile Arthritis hin. Eine seltene und lähmende Erkrankung. Alfred, ich habe das Opfer als Franklin Arcado identifiziert. Seine Akte ist eine Ansammlung verschiedenster Drogendelikte. Seit seiner Jugend geht er im Gefängnis ein und aus. In Blackgate saß er für 20 Jahre ein, wurde aufgrund seiner Herzerkrankung aber vorzeitig entlassen. Er zog nach Little Rock, Arkansas. Dort wurde er als vermisst gemeldet. Ein weiteres Entführungsopfer, das nicht aus Gotham kommt. Ein wichtiges Detail, Sir. Das sind die Worte neben den Leichen auch. Versuche eine Verbindung zwischen den beiden Opfern, die ich entdeckt habe, zu finden. Es muss irgendwo Gemeinsamkeiten geben. Ich tue, was ich kann. Okay, das nächste Opfer. So, einmal kurz den Schub. Ich habe eine Reihe von Diagnose-Simulationen erstellt, mit denen die Funktionen Ihres Anzugs und des Batmobils getestet werden können. Wählen Sie das entsprechende Programm, dann zeigt der Batcomputer eine Navigationsmarkierung an. Okay. Nutze die RR-Herausforderungsbildschirm, um einen Wegmark zu einer der verfügbaren Herausforderungen zu setzen. Sobald Herausforderungen freigeschaltet werden, werden diese automatisch diesem Bildschirm hinzugefügt. Für noch nicht verfügbare Herausforderungen können die Voraussetzungen hier ebenfalls eingesehen werden. Okay. Aha. Wie kann ich... Achso, eine C-Herausforderung. Ah. Holy shit. Aha. Okay, gut. Ich habe keine Ahnung, welche wir davon machen sollten. Aber gut, machen wir erstmal so weiter. Wir haben ja eigentlich noch genug zu tun. Oh, Infos. Wir haben einen Panzerwagen geortet, Sir. Die Lieutenantin der Miliz haben die Schutzmaßnahmen verstärkt. Das wird nicht einfach. Dann wollen wir gleich mal hin da. Oh, ich fahre hier ein bisschen falsch. In der Nähe des Urturms. Müssen wir jetzt aber erstmal gucken, dass wir die Sicht wieder kriegen. So. Da haben wir ihn doch. Batman ist an mir dran. Ich brauche hier Verstärkung. Wir sind gleich da. Durchhalten. Ah, geht mir mal aus, will ich. So. Zack. Ja gut, dann machen wir erstmal die Kleineren weg hier. Na, komm. Und Feuer. Na, was willst du kleiner denn hier, ha? Dich ramme ich von der Straße. Hoppala. Keine Einheit. Alle Begleiteinheiten sind zerstört. Ich hänge ihn ab. Na, dann hänge ich mal ab. Ich jag dich jetzt. Über die ganze City. Wenn es sein muss. Na, warte. Bist du gar nicht. So. Du hast verschossen. Ich bin dran. Und noch eine. Das glaube ich noch nicht. Und hier. Ein weiterer Lieutenant der Miliz ist aus dem Rennen. Na, läuft doch ganz gut. So. Vergiss nicht, dass wir Pinguin später treffen. Er hat was Besonderes geplant. Gut. Denn würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle aber erstmal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.